Moin Leute, Trimax hier. Wir spielen, ähm, wer ist das überhaupt? Cetera. Wir müssen jetzt ohne Grenzen, ohne Flüsse, ohne Berge oder irgendwas, zusammen mit Rumatra, äh, alle europäischen Länder anklicken. Und das ohne Grenzen. Ultraschwierig. Wir sind beide Gigashit. Ich glaub, wir machen 95% falsch. Klar, ihr seid alle besser. Ihr habt das alle grad in Erdkunde. Ich war damals schon scheiße und das ist jetzt schon 10 Jahre her. Aber Rumatra hat, äh, Luft- und Raumfahrtechnik studiert. Der wird das jetzt hier tragen. So, Litauen ist irgendwo hier so. Echt? Irgendwo in der Nähe von Russland auf jeden Fall. Ja, aber richtig weit oben ist Litauen. Ich mach mich oft, ja. Okay, dann mach so weit oben und rechts, wie's geht. Nee, ich glaub, das ist aber auch am Wasser. Ja, genau. Hier oben ist, glaub ich, Litauen und dann, wie heißen die, an die vier anderen Länder, die alle so, Estland, Lettland. Okay, dann geh an den ganz rechten Wasserzipfel, okay? Echt? Okay, der hier? Da, ich, da würd ich drücken. Drücken? Russland, falsch. Oh. Und jetzt haben wir einen Fehlversuch, oder was? Ja, jetzt musst du noch mal. Ich glaub, nach drei Fehlversuchen sagt der dir, wo's ist. Auch noch Russland. Oh. Und dann hier, dann hier, hier ist nicht mehr Russland, okay? Okay, ja. Lettland. Lettland. Ist falsch, Litauen mussten wir machen. Wieso leuchtet das jetzt, hier oben? Das musst du uns an... Nein, das ist, du musst, das ist Litauen. Du hast knapp daneben geklickt. Das sagst du dir, nach drei Fehlversuchen sagt der es dir. Ach so knapp hab ich daneben geklickt? Ja, so knapp hast du daneben geklickt. Tschechien, Nachbarland von Deutschland. Ist gut. Da bin ich zufrieden mit. Echt? Ja, also rechts über Deutschland irgendwo, oder? Nee, das... Was stand da? Polen. Polen stand da. Er kommt nicht, ist nicht oben erst. Polen ist doch alles hier oben. Und dann ist Tschechien zwischen Polen und Österreich, oder was? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich würd's hier sagen. Polen ist sehr groß. Hier würd ich machen. Mach. Polen. Polen. Scheiße. Noch tiefer? Nee. Ich glaub noch weiter links und tiefer. Hier unten, Slowakei ist hier quasi. Guck mal, das klappt nicht. Ja, okay, okay, ja, okay. War wieder knapp. Ey, der letzte Guess ist... Vatikan-Stadt. So, Matra. Du hast es studiert. Das ist in Italien irgendwo. Ah, das... Ey, es triggert alle komplett weg, aber... Ihr wolltet das. Ich hab's jahrelang nicht gemacht. Das ist irgendwo bei Italien. Ich glaub bei Rom in der Nähe, oder? Nee. Wo ist Rom? Rom ist da in der Mitte von links. Untere Küste, Mitte ist Rom. Untere Küste, Mitte ist Rom. Hier? Nehmen wir weiter hoch, glaub ich, links. Nee, links. Untere Küste, untere Küste bleiben. Hier? Ich weiß es nicht. Ist das nicht... Ist das nicht... Ist das nicht... Ist auch ultra klein, die werden wir eh nicht schaffen. Ist die eh noch Italien. Ist die am Wasser? Nee, die ist in Rom. Klick mal... In Rom? In Rom. Klick mal... In Italien. Ja? Ist die auch mal? Ja. Oh! Wir haben's! Wir haben's! Oh mein Gott! Holy shit! Lettland? Lettland war da, genau. Easy! Polen! Haben wir auch! Zack! Griechenland! Oh, oh... Rechts, oben. Rechts, rechts, oben. Oben, hoch. Hoch, links. Oben ein bisschen. Das ist, glaube ich, Griechenland. Aber... Albanien! Oh, du hast die Griechen gerade richtig sauer gemacht. Es hat mir mal keine Insel. Bitte klicke jetzt nicht auf eine Insel da unten. Ja, Griechenland sind auch viele Inseln. Ja, aber... Wenn's das nicht war, dann ist es das unten drunter sicher auch nicht. Ich klicke jetzt hier immer noch hin, ja? Ja? Nee, warte, ich weiß es. Ja, guck. Weil Griechenland und... Und, äh, Türkei sind, genau. Ja, aber... Klicke auf Deutschland. Boom. Ja, nice. Herzogowina. Bosnien. Bosnien, Herzogowina. Keine Ahnung, wo das ist. Ich würd's so für hier gehen. Ja! Oh! Okay, Kroatien. Komm mal ein bisschen hoch, komm mal ein bisschen hoch. Du siehst gar nicht mehr alles. Das triggert mich ein bisschen. Ja, danke. Ich find's aber gut. Kroatien ist da rechts, ein bisschen weiter rechts, würde ich sagen, oder? Da, ja. Nee, warte mal. Das ist doch am... Das ist immer noch am Mittelmeer. Ich würd's sagen, hier. Balbanien, scheiße. Ich hab's eben schon drauf gedrückt. Nee, es ist hier drüber. Grenzt das nicht an Österreich an? Das hier, würd ich sagen. Hier? Slowenien. Ja, okay, sorry, ich hab zwei verkackt. Zwei gehen auf mich, zwei gehen auf mich, du musst sagen. Hab ich noch unten... Weiter rechts, weiter rechts. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Das ist am Mittelmeer. Jetzt! Hey, hab ich doch hingedrückt! Nee, knapp daneben wahrscheinlich. Hier, ich hab doch hier hingedrückt! Oh mein Gott, ich hab, glaub ich, hier hingedrückt, ne? Ja, du hast da hingedrückt. Ich wusste, dass... Wieso? Digga, was willst du an da hingehen? Das ist beim Mittelmeer. Ja. Du hast da hingeklickt, hab ich gedacht, okay, wenn's da nicht ist... Oh, das ist... Das war bitter, das waren echt Millimeter. Ja, komm, klick's an. Scheiß drauf, drauf geschissen. Serbien. Das ist, äh, neben Kroatien, weil die sind richtig sauer, die Kroaten und die Serben. Ungarn, scheiße. Darf ich hier nochmal gucken? Ja. Slowenien. Ja, jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich wieder raus. Ich würde sagen, dann mach unter... Unter das Weiße, ja. Ja, hier? Nee, das ist Albanien! Oh! Oh, wie close! Ja, da hab ich dich hingedrückt? Hä, der Schwung, hab ich doch schon wieder hingedrückt eben gerade, oder nicht? Der erste Try war's doch. Oh. Russland. Ja. Kann man nicht verkacken. San Marino? Hä? Muss du jetzt übernehmen. Ich hab gesagt, ich kann alles flawless machen, aber du machst San Marino. Ich hab absolut keine Ahnung, wo San Marino ist. Ich glaub, irgendwo bei... Ich hab's auch ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben gehört. Das ist ein Land? Ich würde tatsächlich sagen, dass es irgendwo in Richtung Portugal oder Spanien ist, oder? Ich würde auf die Insel... Was? Das ist wahrscheinlich auch einfach sauschwer zu treffen wieder, ja. San Marino ist wahrscheinlich sowas wie Vatikanstadt. Ja. Dass wir Vatikanstadt getroffen haben, find ich schon so krass. Ja, find ich ultra heftig. Ja, lass mal mit dem Subcheck gehen. Wieso wollen die alle? Okay, dann will ich ein Guess unten in... in... Portugal haben. Äh, Spanien. Ne, Portugal. Wo denn jetzt? Da, mach da. Irgendwo ja, mach. Ja, scheiße. Italien einfach? Ich denke, es ist Italien. Was jetzt? Wollen wir noch einmal Spanien machen? Ja, machen wir noch mal Spanien. Oh, tatsächlich. Also, findest du... Sie sind so klein einfach. Was ist jetzt? Schweden. Schweden. Ja, jetzt ist hier oben... Kann man nicht hochscoren hier? Nee, scheiße. Das ist es doch, rechts. Das hier? Nein, links. Das? Ja. Das ist Schweden und das ist Norwegen? Ja. Geil. Großbritannien? Ja, darfst du anklicken. Moldawien? Habe ich, glaube ich, noch nicht mal gehört. Sind die in der EU? Das hat jetzt ein paar Moldawier sauer gemacht in deinem Chat. Ja, scheiße, keine Ahnung. Mach mal irgendwie ganz rechts unten einmal. Mach mal einen da ganz rechts unten. Ja, mach mal einfach einen. Aber wieso sind hier die Staatsgrenzen und da nicht? Ich mach mal hier. Zählt gar nicht. Zählt gar nicht. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ukraine. Gut, das wissen wir schon mal. Das ist schon mal nice. Du musst hier ein bisschen hochscrollen. Oh, das ist dann doch wahrscheinlich oben. Ich sag, oben zwischen... Das? Ja. Nein, das müsste Estland sein. Okay, dann machst du nicht. Dann machst du nicht. Mal hier hinklicken? Ja. Das wird Albanien sein. Bulgarien. Bulgarien. Wollen wir nochmal hier hindrücken? Ja, Ungarn. Ach, komm mal, wie unlogisch. So groß sind die? Krass. Bulgarien. Hatten wir rechts davon. Ukraine, scheiße. Ach, scheiße, sorry. Hä? War da nicht Bulgarien? War da nicht in Bulgarien hier? Ich schicke mal direkt daneben. Fuck. Mach links davon. Dann hier, hier. Nein, nein, links davon. Links, hier? Ja, ja. Ah, guck, aber es war links davon. Ja, nicht schlecht. Schweiz. Okay, klickst es an. Hier, ne? Ja. Boah. War aber auch knapp. Ja, war klein. Das sind kleine. Zypern. Das? Nein. Ich glaube, die Insel... Doch, das ist vor Afrika. Dann mach. Malta. Malta ist das peinlich. Alter, das ist doch nicht Monze zeigen. Verwechselt. Aber Herr Zypern ist doch auch da. Dann ist es die links bei... Oder das... Kann es die sein? Nein. Ja, hier ist doch gar keine Insel mehr. Doch, die da. Die sind es nicht. Die sind es nicht. Die ist es nicht. Dann mach doch... Dann mach die rechts. Dann mach die rechts. Dann muss die rechts sein. Die hier? Ja. Mach. Das ist richtig. Wahnsinn. Das ist Zypern. Okay. Würde ich sagen, hier. Ja. Scheiß drauf. Zack. Voll die Mitte getroffen. Malta ist das Maul ernsthaft? Das wusstest du? Weißrussland. Nordmazedonien. Das weißt du? Äh... Nee. Tatsächlich nicht. Ich weiß aber gut, wie du das überlegt hast. Ja, wir wissen wieder... Werden wir nie finden. Wollen wir einfach mal... Hier hindrücken? Nee, das wird in Ungarn sein. Ukraine. Hier mal. Rumänien. Und hier. Ach. Nordmazedonien. Das ist auch umgekehrt, wie viele Länder sich in diesem kleinen Zippel da noch... Das ist krass, finde ich, was alles für Länder in Europa gibt. Ungarn ist doch wieder jetzt da. Links. Das war Ukraine. Hier, ne? Rechts war Ukraine. Hier war irgendwas mit B. Rumänien. Guck. Aber da ist Ukraine. Klick hin. Der wird Ukraine sein. Hier ist Ukraine. Hier ist Ukraine. Ungarn. Ungarn ist doch... Es ist dann Österreich dran. Hier. Hier, hier, hier. Ja, ja, ja. Slowakei. Scheiße. Ein letzter Guess. Hier? Ja. Ich sag weiter rechts. Da was? Das war weiter rechts. Weil das war die... Digga, wir haben gerade nur Monaco. So. Wieder ein Ministart, wo du... Geld... Aber das ist an der Grenze von, äh... Das ist in Frankreich-Italien mäßig irgendwo die Richtung. Ja, genau. Ganz unten Grenze Frankreich-Italien. Wo ist die Grenze? Frankreich... Ganz unten Grenze von Frankreich-Italien. Rechts? Weiter rechts? Weiter rechts, würde ich sagen. Weiter hoch ein bisschen? Das ist am Wasser. Ah, ich würde da... Achso, ja. Dann... Ich würde auf jeden Fall ganz rechts... So weit... Ja, guck. Wahnsinn. Ey, mit der Vatikanstadt... Und Monaco haben wir einfach gerockt, Alter. Geil. Luxemburg. Ja, weißt du, gell. Das ist hier, oder? Links. Nein, links oben. Links oben. Ja? Ja, links oben unter... Nein, unter der Stadt, die für Amsterdam bekannt ist. Ja. Falsch. Noch eins weiter runter. Der Zipfel? Auch falsch. Da muss es... Häckchen? Der Zipfel? Wenn ihr weiter links... Let's go! Ein Zipfel war es, stark. Ja. Geil. Finnland. Oh, was? Oder wir haben Schweden, Norwegen. Finnland. Da. Rechts daneben. Was? Weiß ich nicht. Vielleicht. Richtig. Ja, guck mal. Ukraine. Das rechts. Rechts. Ja. Klick drauf. Klick drauf. Oh, ist das groß. What the fuck? Ich dachte, hier sind noch irgendwie neun Länder oder sowas. Alles Ukraine. Ey, wie oft haben wir irgendwelche Länder hier hingedrückt oder so? Oder hier und hier und wir haben hier gedrückt und hier. Das war alles. Das war alles Ukraine. Okay, geil. Okay, weiter? Kosovo. Ist der Große in der Mitte, würde ich sagen, der noch frei ist. Der oder der... Wo war nochmal Albanien? Kosovo. Nee, ich denke, es ist hier eher so. Echt? Dann mach. Scheiße. Dann hätte ich gerne den Zipfel links unten, der noch frei ist. Links? Ja. Ja. Albanien. Ach, so ein Schwanz. Aber es ist, glaube ich, daneben direkt. Wollen wir mal hier nochmal drücken? Ja, mach. Nee, ich glaube, es ist zentraler in Europa. Ich hab mir auch so... Das ist österreich. Das ist alles österreich. Wir müssen hier... Guck mal, ich drück hier innen. Geil? Ja. Ui. Das war huge. Das war huge. Albanien. Direkt daneben wissen wir. Zack. Niederlande. Zack. Weiter oben. Oh, das war knapp. Ich hab extra weiter oben gesagt. Ja, du hast auch recht. Lichtenstein. Hier? Das ist wieder so ein Zipfel. Frankreich wieder. Luxemburg-Lichtenstein. Scheiße, die sind so klein, Mann. Ich will weiter... Zwischen... Nee, das ist Belgien dann. Hier hatten wir alles angerückt und das war alles Frankreich oder Belgien. Hier wird's nicht. Das heißt, es muss... Oh mein Gott, ich geh für hier. Ach nee, warte mal. Was war nochmal das kleine Ding, was wir vorhin angeklickt haben? War das nicht zwischen Schweiz und Österreich? War das nicht hier? Digga, das war huge. Warum dachtest du, das ist zwischen Frankreich und Deutschland? Ich hab nicht gewusst, dass das Lichtenstein da unten ist. Sag ich, das ist ehrlich. Geil, Mann, das ist geil. Das wäre für mich auch irgendwo sein können. Spanien, easy. Andorra. Andorra. Puh. Ist auch irgendwo rechts unten. Das ist... To-Krass so in... Nee, das ist, glaube ich, ein Mini-Land in Spanien. Schon wieder? Wieso machen die das? Wieso wäre noch kein einziges Mini-Land in Spanien? Falsch. Falsch. Ja, jetzt noch mal weg. Keine Ahnung. Was soll der so wissen? Falsch. 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 Er sagt mir nicht, wie es richtig geht. Ah, nee. Oder ist es zwischen Portugal und Spanien? Er sagt nämlich, wie es richtig geht. Der ganze Chat, der stinkt sauer. Ich hab keine Ahnung, wo Andorra ist. Hä, und jetzt Google. Zum Glück ist das hier eingegrenzt auf Europa. Ich wäre jetzt... Ich wäre so oft mit einigen Ländern auf einen anderen Kontinenten gelandet. So, irgendwie nach Afrika wäre ich mit Andorra gegangen. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich, oder? Ja, ich auch. Andorra klickt nach Afrika. Da wäre ich so doll drin gewesen. Google jetzt schnell, wo das ist. Du wirst es nicht klicken. Du wirst nicht... Ja, guck zwischen Spanien und Frankreich. Slowakei. Hatten wir. Nee. Scheiße. Nee, nee. Hier. Hier. Boom. Italien. Boah. Malta. Wissen wir hier. Ja. So. Island. Boah, das da ja. Link ganz nichts oben, oder? Ja. Easy. Estland. Zack. Belgien. Belgien, easy. Zack. Frankreich. Frankreich, zack. Portugal. Portugal. Österreich. Ja. Rumänien. Ja, ist rechts, genau. Irland. Da links, links, genau. Das da. Montenegro. Uah. Im Run, das ist gut. Ja, Montenegro, mach schnell den freien Zipfel zwischen Italien. Der freie Zipfel zwischen Italien. Ja, mach einfach für den Run. Slowenien. Scheiße. Montenegro. Oh, easy. Slowenien. Boom. Ja, easy. Dänemark. Zack. Nein. Norwegen. Zack. Scheiße. Oh, ich bin dumm. Let's go. 53% richtig. Geil. Das ist nicht schlecht. Das war nicht schlecht. 20 Minuten. Mach das erstmal besser, Zuschauer. Ja, mach das erstmal besser. Ohne Atlas. Ohne Atlas. Ich fand's gar nicht so bad. Ich fand's jetzt auch überraschend nicht scheiße. Guck mal, die Länder, die wir nicht gewusst haben, waren nur die Roten. Weißt du, was ich meine? Ja, nur die Roten wusste nicht. Okay, nur die Roten haben wir absolut gar nicht gewusst. Guck mal, wie viele kleine Miniländer wir hier wussten. Zack, zack. Ja. Monaco auch. Monaco war smart. Ja. Ich fand's gut. 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 Ich fand's gut.